Herzlich Willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Ich bin Oliver Ereni und ich habe heute ein spannendes Thema für Dich. Also dranbleiben! Am heutigen Karfreitag möchte ich ein paar Worte zur Trauer sagen, und zwar zur Trauer aus der energetischen Sicht. Natürlich werde ich immer wieder mit Trauer, traurigen Menschen, Menschen, die in Verlusten stecken, konfrontiert. Und Karfreitag ist natürlich ein guter Tag, sich damit auseinanderzusetzen, denn der Begriff Karo kommt aus dem Germanischen und bedeutet ja Trauer, Trauern. Und die Trauer ist ja ein Gefühl, es ist nicht sehr populär. Es ist nicht dieses ewige Hai, ich genieße mein Leben und schaue wie toll mein Leben. Und schon gar nicht das, was Dir über Social Media da oft vermittelt wird. Nämlich dieser Punkt, dass eigentlich, es geht jedem gut und alles ist toll und nur bei Dir ist es gerade schlimm. Aber die Realität sieht halt anders aus. Der Trauer, Abschied nehmen und auch mit diesem Gefühl der Trauer umgehen lernen, gehört einfach zum Menschsein dazu. Es ist ein tiefstmenschliches Gefühl und wir werden einfach immer wieder dazu aufgefordert, durch gewisse Verluste, Beziehungen, die sich lösen, geliebte Menschen, die sterben, dass wir in diese Trauer gehen. Ich erlebe es immer wieder, dass das so ganz weit weggeschoben wird. Also ich habe schon 60-Jährige da sitzen gehabt, die gesagt haben, sie können den Tod der Großeltern nicht verwinden, die jetzt mit über 100 gestorben sind. Und da ist einfach schon so eine Anballung da, dass man das oft ganz stark so gar nicht wahrhaben will, dass man sich womöglich einmal verabschieden oder trennen muss. Aber die Wahrheit ist nun mal, auch im Energetischen, und das meine ich gar nicht negativ, ist nun mal, dass wir von allem, was im Außen ist, uns einmal trennen müssen. Und die ultimative Trennung ist natürlich dann auch unser eigenes Dahinscheiden, wo all das, was wir hier erschaffen haben, egal wie schön und wie lieb wir es gewonnen haben, all unsere Freunde, wo wir alles zurücklassen müssen, weil ja nichts mit uns mitgeht. Das heißt, der Abschied ist eigentlich, der letzte ultimative Abschied ist uns ja schon in die Wiege gelegt worden. Und deshalb sollten wir uns auch mit dem Thema Trauer auseinandersetzen. Aus der energetischen Sicht, es gibt da ganz viele Modelle, vielleicht hast du das von der Kübler-Ross, die Phasen der Trauer gehört, kann man alles nachlesen, es gibt da auch tolle Literatur dazu. Aus der energetischen Sicht sehe ich einen Abschied oder wenn etwas wegfällt, ist das eigentlich erst einmal was, wie die tote Stelle kann man sich das vorstellen, wie ein schwarzes Loch, da fehlt etwas, ein Puzzleteil. Da ist ein Puzzleteil in deinem Leben auf einmal weggefallen. Oder eine Säule, ein Anker. Vielleicht ist es ein Job, vielleicht ist es ein geliebter Mensch, der gestorben ist, vielleicht ein Haustier, was auch immer das ist. Auf jeden Fall, es fehlt etwas in deinem Leben, in deinem Alltag. Und da muss man einmal damit umgehen lernen. Und von der energetischen Seite ist eben so dieses Trauern eigentlich so ein Prozess, der dich Schritt für Schritt von dieser Leere wegführt, also von diesem leeren Puzzleteil wegführt und der dich erkennen lässt, dass noch alle anderen Puzzleteile da sind und dass das Leben einfach weitergeht. Wenn man zu lange in diesem Schock verharrt, weil es ist ein Schock, wenn jemand stirbt, egal wie sehr man sich vorbereitet, es ist ein Schock, wenn man da zu lange drinnen stecken bleibt, dann beginnt natürlich auch die eigene Energie gedämpfter zu werden, die Lebensfreude lässt nach und man wird auch eher dazu neigen, dass man in eine Schwere geht, eben in eine Trauer, die dann womöglich auch fast wie eine Depression wirken kann. Und da sollte man einfach aufpassen. Das heißt, man sollte sich, auch wenn gerade etwas passiert ist, etwas Undenkbares passiert ist, sollte man immer schauen, wie nehme ich am Leben teil. Das heißt, schau auf die anderen Puzzleteile. Was kannst du machen? Kannst du Sport betreiben? Kannst du dich trotzdem mit Freunden treffen? Es ist auch völlig okay, eben mal zu weinen, das alles rauszulassen. Nur wichtig ist, dass man das Leben nicht vergisst. Denn es gibt immer auch noch das Leben. Es gibt alles andere ist noch da. Und das ist einfach so etwas zu erkennen, wo du dir selber auch helfen kannst, den Blick von dieser Leere abzuwenden. Und je kürzer das passiert mit der Trauer, umso schwieriger ist es natürlich, nicht auf diese Leere zu starren. Aber das ist wie in einen Abgrund zu starren. Und dieser Abgrund wird immer da bleiben. Mit dem muss man jetzt leben. Das heißt ja nicht, dass man ewig alleine ist oder dass man nie wieder ein Haustier hat oder nie wieder einen Job findet. Aber dieser eine Punkt ist immer da. Und wir können uns dazu entscheiden, auch immer wieder zu diesem Punkt zurückzukehren. Und dann werden wir wieder in dieser selben Verzweiflung hängen oder eben schauen, dass man beginnt, sich davon zu lösen. Und das ist, denke ich, eine ganz mutige Entscheidung, dieses Ja zum Leben und sich auch diesen Lebensmut zu bewahren. trotz aller Hindernisse, trotz aller Risiken, die das Leben birgt, Ja zum Leben zu sagen. Ja zu dem Herz zu sagen, das in dir schlägt. Dass dir diese Kraft zur Verfügung stellt. Ja dazu zu sagen, dass unendlich viele Möglichkeiten um dich herum sind. Ein Ja, ein mutiges Ja zu sagen, das Leben weiterzuleben. Und auch zu vertrauen, dass es weitergeht. Vielleicht die nächste Zeit mal gedämpft und traurig und etwas melancholisch. Vielleicht auch mal wütend. Zornig auf sich, auf die Umstände, auf die Welt, aufs Schicksal. Aber es fließt weiter. Und diese weiterfließen. Diesen Fluss sollte man sich anvertrauen. Und wenn du gerade in einer Trauerphase bist und gerade mit der Trauer kämpfst, dann mach dir einfach bewusst, dass du nicht alleine bist und dass du unendlich geliebt bist und auch gehört bist. Also auch laut etwas aussprechen, auch wenn du alleine bist, ist gut. Und letzten Endes ist jegliche Trauer, jegliches Wegfallen, dass etwas, was aus dem Profanen, aus dem Äußeren weggefallen ist, wieder in dir gefunden wird. Das heißt, alles was du wirklich liebst, zu allem hast du eine Verbindung. Zu geliebten Menschen, die wegfallen, die sterben, zu Trennungen ist immer eine Verbindung da. Das sind innere Bilder, innere Schätze, die man wahren kann und die dich letzten Endes unendlich reich machen. Und das sind dann auch diese Erfahrungen und ich nenne es jetzt einfach diese liebevollen Erfahrungen, diese Liebesmomente, an denen du wächst und die dich dann auch nähern, wenn es letzten Endes dann einmal dunkel wird. Also hab Mut, dich mit deinem Inneren zu beschäftigen. Alles was außen ist, ist letzten Endes auf Sand gebaut und kann jederzeit wegfallen. Und wir reagieren nun mal mit Trauer auf dieses Wegfallen und wir wollen natürlich alle nicht, dass es passiert, aber es ist nun mal wahrscheinlich, dass wir damit lernen müssen, umzugehen. Und aus der energetischen Sicht kann ich immer sagen, wenn man es schafft, sich zu lösen von dieser Leere, von diesem Unfassbaren und das ist unfassbar, da ist etwas weggefallen, da ist ein Riss entstanden. Aber wie lange du in diesen Riss starrst, ist deine Entscheidung. Da kannst du selber den Blick abwenden und weitergehen. Und das ist das, was ich dir auch heute ans Herz legen möchte. Heute an diesem Karfreitag oder egal welchem Tag, das Video geht Karfreitag online, aber egal an welchem Tag, erlaube dir, traurig zu sein, aber dann erlaube dir auch, weiterzugehen. Und das muss nicht alles sofort passieren. Denn Trauer dauert einfach, die braucht Zeit, die Zeit ist da wirklich ein Heiler, ist gnädig und erlaubt dir, dass du immer weiter deinen Weg gehst, weiter weg von dem Undenkbaren, von dem Umfassbaren, von dem, was eigentlich nicht passieren sollte. Und ich wünsche dir alles Gute, wenn du gerade trauerst. Mach dir bewusst, dass du nicht alleine bist. Und wenn du das Gefühl hast, du brauchst mit ihm zu reden, es gibt ganz viel professionelle Stellen, auch unbezahlte, Notnummern, es gibt Krisenhotlines, die sind alle kostenlos, da kannst du reden. Es gibt Trauerbewältigungen. Also es gibt ganz viele Hilfen für dich und nimm dir auch in Anspruch, wenn du es brauchst. Ich bin Oliver Erini, medialer Energetiker aus Linz und ich hoffe, dieser Impuls hat dir ein bisschen weitergeholfen. Ich hoffe, natürlich, dass es dir gut geht und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir einen Daumen hoch da, gib mir ein Like, schreib ins Kommentare rein, wie du trauerst. Wenn du ein Thema hast, das dich beschäftigt oder wo ich mal drüber reden soll, dann schreib es mir auch. Ich mache gern mal ein Video drüber. Alles Gute, eine gute Zeit und viel, viel Trost und Freude am Leben. Tschüss. mehr Jahrgäbischer